das war es jetzt mit der badener höhe ich habe jetzt noch circa dreieinhalb knapp vier kilometer vor mir dann wäre ich beim heutigen etappenziel eigentlich schon angekommen allerdings bin ich ganz gut in der zeit vielleicht laufe ich noch ein bisschen weiter denn ich möchte vom westweg kleinen abstecher machen und den falkenfelsen besuchen je nachdem wie es zeitlich passt gehe ich da schon ein stück entgegen spare ich mir morgen die kilometer und und Was für eine Treppe, die geht richtig steil hier hoch in den Bärenstein Was für ein Bärenstein Untertitelung des ZDF, 2020 Hier im Wald, da gefällt es mir richtig gut, überall Steine, die es oben sind, klettern, überall kleine Bäche und so, es sieht schön aus hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin immer noch auf der Suche nach der Hertha-Hütte, die auf dem Falkenfelsen steht. Jetzt habe ich hier nur so einen kleinen Weg gefunden, den finde ich viel genialer zu laufen und wenn ich das so anschaue, das lohnt sich. Oh! Hier schau mal, was ich gefunden habe. Eine richtig steile alte Treppe. Ah ja, gehe ich mal hoch. Zum Glück bin ich vom Hauptweg runter und auf diesem Pfad, denn es sieht richtig cool aus hier. Und die nächste Treppe. So, und jetzt, wo geht es weiter? So, ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Ja, und wieder eine Treppe. So, ich gehe jetzt mal hier. So, ich gehe jetzt mal hier. das hier Blitzerbleiter so cool das hier auch ist ich muss jetzt weiter und die Hertha Hütte suchen denn ich brauche noch ein Lager für heute Nacht und ich glaube da bleibe ich dann auch also hier kommt eine Treppe nach der anderen da hat wahrscheinlich einer Treppenbaum geübt und ich glaube da kann ich jetzt noch mal wieder aufbauen ich denke ich bin jetzt ein Lager und ich glaube da kann ich nicht mehr so viel zu tun Und nachdem die ganzen Treppenbauer fertig waren, haben sie auch noch eine Straße gebaut. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt hier so eine uralte Straße gefunden. Und da ist ein kleines Schild mit zwei Hütte. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus jetzt hier. Und wo soll jetzt hier eine Hütte sein? Falscher Regen raus. Moment, da hinten hat es ein Gelände. Jawohl, da ist sie. Also hier bleibe ich für die Nacht. Ich habe auch keine Lust mehr weiter zu laufen. Ich muss morgen wieder runter und drüben wieder hoch. Bis morgen. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Fred Schwung Himmel Weil wir fragen, dass du z versatile hast. Ich habe keine Lust mehr checken Here. Vielen Dank. Vielen Dank.